Hallo und herzlich willkommen bei Insiderkauf.de. Mein Name ist Andreas und heute geht es um Fresenius. Fresenius, wir sind hier auf der Investorenseite, ist in der Tat ein bisschen aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten, weil es durchaus auch einige Insiderkäufe gegeben hat. Und wir sehen aktuell auch wieder Neu-Insiderkäufe von den Vorsitzenden von Stefan Sturm, dem Vorstandsvorsitzenden und von der Rachel M.P., die Finanzvorstand ist. Wir gucken uns das Ganze jetzt auch einmal auf insiderkauf.de an. Man sieht hier den Kursverlauf der Fresenius. Man sieht, während der Corona-Krise insistiv wurde reingekauft. Sehr stark, war sehr auffällig. Und jetzt auch mit einem leichten Nachlassen des Kurses hier ein neuer Kauf im Volumen von ungefähr 500.000 Euro von diesen zwei Vorständen. Und genau, das ist eigentlich auch schon alles, denn es gibt aktuell gar nicht so viele spannende Insiderkäufe zu berichten. Das ist ein bisschen die Sommerpause. Und wir bleiben trotzdem weiter für euch am Ball und berichten euch, wenn es wieder was Spannendes zu berichten gibt. Weiterhin gute Renditen und bis bald!